Yo! Seon und Ni sind da in der Seine. Monte Bar ist das Ziel. Schönen wir hier oben. Genau, noch lange weg vor uns. Ich war schon mal für das Ride unterwegs mit Nino. Nur dann war es geil, dass wir ein Pick-up hatten. Wir konnten alles raufschatten. Ciao! Ciao! E-Bike hatten wir auch keine. Das heisst, jemals sind wir zu unterst unten alles um rauf zu trampeln. Yes, yes! Machen wir ein paar Fotos. Velo fahren! Jetzt kommt ein bisschen die Geografie. Andererseits sehen wir den schön Lugano. Lago... Fuck, wie heisst das? Lago Lugano? Lago di Lugano. Genau, das wäre ein Lago di Lugano. Die andere Seite hier irgendwo ist der Lago Maggiore. Sehen wir den? Nein, den sehen wir nicht. Den sehen wir von hier oben. Was ist mit dem Lago Maggiore? Lago Maggiore ist der tiefste Punkt hier in der Schweiz. Tiefste Punkt und tiefste See. Yo! Das war ein bisschen mit Geografie. Wir fahren hier oben. Ich warte da jetzt schnell. Er scannet mich und fliegt mir die Drohne nachher nach. Dann fliegt er mir den Controller in den Rucksack. Dann soll es uns nachfliegen. Das erste Mal schauen wir, ob es funktioniert. Aber der Seher kriegt das schon her. Er ist mir. Ja. Fuck. It's a low battery warning. Low battery. Fliegen sie immer mit vollem Akku. Exakt. Okay, fahren wir halt. Also, das stimmt. Wenn man da kein Risiko inwechselt, wird schnell achten. Nein, das wird nicht der Recher schon vor. Haha. Sicher gelandet. Da unten kommt gerade ziemlich gut. Da war's. Da war eine Biloxi. Jetzt probieren wir mal Follow Me hier nochmal auf dem Trailer. Mit dem zweiten Rucksack. Ich stecke hier Rilo in den Rucksack rein, das könnte auch noch sick werden. Sick! So viel Technik! So viel Technik! aus Richtig geiles Video, man. Wir sind nur noch sympathisch vor der Kamera gekommen. Und dann kommt gleich mal alles gut. So, jetzt sehen wir in der Front. Hoffentlich versteht man mich bei dem Wind. Macht euch fast auf so einen Action. So einen Purzelbaum. Und so einen Frontflip. So einen en 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 Fertig Es ist alles perfekt und jetzt gehen wir nach Hause und dann machen wir ein paar Tage werden super aber das wenn ihr den YouTube-Kanal abonnieren auf ok tschüss